Das ist Vincent. Vincent ist etwas speziell. Ey, ich hab einen Clown im Kopf, der mir ständig zwischen die Synaps und Scheißen, der mich immer zwingt, genau das zu machen, was ich gerade am wenigsten gebrauchen kann. Wir sind heute hier zusammengekommen, um von einer Liebe... Grüß mich! Deswegen soll Vincent ins Heim. Sind eine Menge in deinem Alter von den Leuten da. Solche, wie ich mir so. Und dort lernt Annette neue Freunde kennen. Hallo, Alexander. Das hier ist Vincent. Er wird für eine Weile hier wohnen. Wie bitte? Ich bin Marie. Guck mal, hast du es zugenommen? Sieht irgendwie so fett aus. Das ist ja drüben, das ist ja so unversichtlich. Wie bitte? Tourette. Fotze. Doch Vincent will mehr. Ich hab ein Auto. Vincent will... ...und mehr. Das ist ja gar nicht euer Auto. Das gehört Frau Dr. Rose. Ich muss davon ausgehen, dass sie meinen Wagen gestohlen haben. Was? Sie sind hier. Jetzt musst du das stürzen. Wir müssen überlegen. Vincent! Oder so. Fotze, bist du Typ fast umgefahren? Hast du das Fotze zu mir gesagt? Das war sein Tourette, du Idiot. Nee, das hab ich schon so gemeint. Jetzt überlegen wir, wo können die sein. Weil die müssen was essen. Die Mungs zumindest. Die können überall sein. Nee, können sie nicht. Wieso nicht? Na, weil es regnet. Die erste Stufe. Was ist eigentlich in deiner Dose? Meine Mutter. Sag mal, kiff dir etwas? Wenn du kiffst, betäubst du die Schmerzen, Alex. Ja, die Schmerzen. Wieso ist denn du nichts? Das ist nicht so einfach. Hey, dann küss mich richtig. Versprichst du mir was? Isst du heute was? I'll be there to hope To share the young part You I 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 Allo?